Ich stehe weg! Doch ich seh nur dich, baby, denn du willst mein Licht, denn du willst mein Licht. Stich die Augen, mach sie tun, doch ich seh nur dich, baby, doch ich seh nur dich, baby, denn du willst mein Licht, denn du willst mein Licht, ja. Das ist ne Yamaha, Booster, der ist Yamaha, ja, Maurice, willst du mal mein Gefährt fahren, ich will sehen, ob du damit ein Weedie hinkriegst, links oder rechts, ist aber Trommelbremse, aber du kommst auf den Boden der Tatsachen, ja, hoffentlich, ne, ja, du machst das, du machst das schon, ne, die hat einen Punkt, da zieht die gut, und da musst du hochziehen. Ja, doch, der... Ah, Maurice wird mein Roller, ne, würde er einen Weedie hinkriegen, I doubt it. Alter, alter Ribbooster. Ja. Ja. Oha! Hä? Übel krass, hä? Ja, das Ding hat auch ein bisschen Power, damit geht das nicht. Hä? Hast du das erste Mal gemacht jetzt? Ein Roller, ja. Aber der hat ja, also man merkt das ja, ich bin ja auch noch im Zwanziger geworden, und dann geht es schon gut nach oben eigentlich. Ich finde, das ist nur ein bisschen Poptik hier mit. Ja, ist ein bisschen Kacke. Scheibenbremse wäre geiler. Aber eigentlich nicht geil. Ja, hätte ich nicht gedacht, ne, sag ich ja ehrlich. So, first try hätte ich das jetzt nicht gedacht. Einfach Maschine. Ja, und Abfahrt, Jungs. Direkt mal in den Catwalk rein. Okay, verkackt. Bloß neben mir. Da ist er. Und Abfahrt nochmal. Wir sind übrigens am Seegmüller. Unschwer zu erkennen. Und wir gucken mal, was jetzt hier so abgeht. Maurice ist auf jeden Fall auch am Start. Äh, ja, pfff. Noch ein paar andere Stuntboys. Aber keine Ahnung. Ich kenn ja nicht jeden. Guck mal, was Nico noch vorhat. Ja, und halt Vollaube abgehen. Vollaube abgehen. Junge, fast, fast abgehoben. Weg vom Board. Äh, ey. Immer dahin, wo man, man fährt immer dahin, wo man hinguckt, ne. GoPro leer. Nee, ich hab nur das. Aber die ist voll. Ja, ich hab die eine halt genommen, von grad auf jeden Fall noch drauf. Mit dem Langsmodier nicht später. Guck mal, hier geht's wieder ab, Alter. Guck mal, hier geht's. Was geht ab? Ja bei dir? Ja sicher. Ne, das ist nicht zu sehen. Ne, das war ja letztes Mal. Wo war das? Irgendwo Juschen. Ich glaube Juschen war das. Ja? Ich glaube schon. Wie fahre ich das noch? Ne, das war mit der Beta 50. Ah, Jo, Jo, Jo. Da hab ich danach noch Fotos gemacht, wo du Handscraper hast. Ja, Handscraper und alles. Ja, das ist auch zwei Jahre her. Ja, aber die Zeit geht auch schnell rum. Und Abfahrt. Oh shit, Alter. Dinger. Alter, krass. Zuck. Zuck. Komm, was du? Ja. Stark, Leon, stark. Untertitelung des ZDF, 2020 Na, was geht denn hier ab? Folgen wir, folgen wir nicht, das ist hier die Frage. Na ja, guck mal, was hier so abgeht. Oh Junge, Enduro-Strecke, grinden wir die Scheiße mal hier. Ich bin wohl ein Anfänger hier. Oh 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 oh. Ja, das ist das jetzt nicht, Jungs. Das ist Marit eigentlich im Schlaf, selbst mit beiden Beinen. Ja, das ist eigentlich schon sehr entspannt, da kann man auch Eier schaukeln bei. Mal, sag ich hier so wie es ist. Bei Justin läuft jetzt fast. Nicht so schlecht. Kontrolle behalten, Stefan. Kontrolle behalten. Kontrolle behalten. Kontrolle behalten. Kontrolle. Oh. Ich hab beide eben. Ich hab beide während der Fahrt. what? Oh Gyung ein. Hö Hö! Hä? ja ziemlich frech ja darf ich mal fahren darf ich mal fahren aber geht hier auch so sieht es aus hast du schon mal roller wheelies gemacht ja du kriegst moris hat es auch fürs try hinbekommen der hat so einen moment da zieht die richtig krank da musst du hochballern wo 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 krank krass hätte ich auch nicht gedacht dass du hinkriegst es ist trommelbremse ja du musst ein paar mehr finger dann an die bremse nehmen ja wenn du es hinkriegst ich mache manchmal sogar vier wo wo kann man doch wo 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 ich stelle weg oh ne oh ne jetzt geht's los ja so kann das aussehen freunde bitte ich kann sogar hackscrapes ne ich hatte ja zwischenzeit ich hatte zwischenzeit ja auch mal ne ex ich sehe aber so ne alte wir machen jetzt erst mal ne gruppendiskussion kommen sie mit ich klär das jetzt siehst du direkt mit dem roller ab wo hast du die gesehen waren die schon im ersten oder zweiten also waren die nah und da hast du gedacht oh nein und ich dachte mir so ich sitze auf einer exe scheiße ja ich dachte so was macht er da oh ne das heißt bullen ja das ist das thumbnail das ist das thumbnail digger die haben sich mein kennzeichen angeguckt dachten sich so diggerlei der ist schon die hälfte am aber die haben auch den sportluftfilter gesehen digger die sind ja nicht dumm gut an der stelle bände ich jetzt aber auch das video wenn es euch gefallen hat mit dieser ganz brachialen action lasst ein like da einen kommentar checkt mein merch ab ihr wisst bescheid machts gut haut rein tschau tschau